Ja, hi Leute, ähm, ja, es gibt heute kein Schleißvideo. Ich wollte bloß erwähnen, wenn ihr eine gute Schneiderab für mich gefunden habt, die für Asus-Tablet passt. Und, ja, dann zeigt sie mir einfach mal, also, mal gucken, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Ich habe jetzt schon lange, lange gesucht und habe einfach keine gefunden. Und, ja, das wollte ich jetzt nur noch sagen und, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!